Also was wir hier haben, ist ein original Felser Saumagen. Der Name Saumagen kommt natürlich nur von der Hülle von diesem originalen Magen vom Schwein, in den wir unsere Feineflung reinbringen. Die Zutaten, man glaubt es kaum, das ist ganz mageres Schweinefleisch von der Keule, fettarm zugeschnitten. Dann haben wir ein Drittel Kartoffelanteil, das ist auch wichtig, sonst darf man nicht Saumagen zu dem Produkt sagen. Es müssen Kartoffeln drin sein und Naturgewürze. Wir verarbeiten weißem Pfeffer, Muscatmus, Coriander, Melken und mir ist es sehr wichtig, ein original Thüringer Mauerbraten. Das ist ein sehr, sehr feines Gewürz, Kraut und das betont eben auch dieses Produkt. Wir haben einen Fettanteil im Saumagen, der deutlich unter 5% hält. Ein sehr mageres und auch ein sehr kümmerisches Produkt. Der Specken kommt eben nur von diesem Namen Saumagen, wie gesagt, nur die Hülle. Und außer in dieser Naturwägen füllen wir dieses Produkt auch in Kunstdärmen, wie man hier sieht. Und wir haben hier eben gleichmäßig große Scheiben und wir haben eine deutlich länger Mahlbarkeit. Der Saumagen im Kunstdärmen ist sich ohne Probleme 3-4 Wochen kühl aufbewahren. Der Saumagen im Naturmagen beginnt spätestens nach 8-10 Tagen wieder Verderbnis. Das ist eben ein Naturprodukt. Und in dem Kunstmagen ist auch kein Konservierungsstoffe oder irgendwas drin, es ist einfach nur, weil es dichter abgeschlossen ist. Genau. Es ist wie sterilisiert quasi eine sterile Haut. Da kann von außen nichts passieren. Hier beginnen die Fäulnisbakterien den Magen irgendwann zu zersetzen. Der verwirrt von außen. Und hier beginnt irgendwann das Produkt innen drin zu verwirken. Das ist ein viel längerer Prozess, wie eben so ein entwindlicher Naturmagen. Diese drei Knubbel auf dem Magen, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran als anatomischer Laie. Das sind jetzt die Ausgänge, die ganz normalen natürlichen Magenausgänge. Hochinteressant. Fast. Und zwar haben wir hier in der Mitte der Eingang von der Speiseröhre. Hier haben wir den Ausgang zum Bündarm mit dem sogenannten Förtner, dem Schließmuskel. Und das ist auch ein ganz nettes Thema, wenn dieser Muskel kross angebraten wird. Und der Scheibenschneiden, das kross anbraten, schmeckt der unwahrscheinlich gut. Das ist eine Delikatesse. Es gibt tatsächlich Kunden, die bestellen explizit diesen Schließmuskel, weil man den auch wunderbar mitessen kann. Also man muss diese Haut, diese Magenwand, das ist ja ein Muskel, das man nicht wegwerfen, dann kann man wunderbar mitessen. Das heißt, wenn ich das brate jetzt im Restaurant, auf jeden Fall die Haut dran lassen, dann kann der Gast selber entscheiden, ob er es probieren möchte. Ja, ich werde es probieren. Und jetzt kommen eben drei Ein-Ausgänge. Wir haben hier noch einen künstlichen Ausgang, beziehungsweise Eingang. Dieser Ausgang oder dieser Schnitt wird im Schlachthof gemacht, gleich nach dem Schlachten. Wenn der Magen herausgeschnitten wird. Und dann wird mit dieser künstlichen Öffnung der restlichen Mageninhalt herausgepresst. Und mit dieser Öffnung wird der Magen einmal komplett umgewendet. Das heißt, alles, was Sie im Moment hier sehen, war für Ihre Innenseite. Und wir füllen in diese reine, saubere Seite von der Bauchbühne. Das ist eine ganz sterile Angelegenheit. Und dann brauchen wir diese große Öffnung auch zum Füllen des Magens. Weil Ein- und Ausgang ist maximal fingerdicke, stärker. Da können Sie die großen Fleischstücke kleiner reinfüllen. Und hier wird er gefüllt und später dann auch zubeknotet. Daher hat er drei Knüppeln und das sieht auch schön aus. Und jeder wundert sich im Ein- und Ausgang. Und was macht der Dritte? Ja, und das ist die traditionelle Art und Weise? Das ist die traditionelle Art und Weise. Hier in der Pfalz schon immer der Saumagen hergestellt und auch gegessen. Besonders toll soll ja auch der mit Esskastanien gefüllt sein, habe ich gehört. Ja, wir haben auch ausprobiert, dass wir sagen, wir nehmen die Kartoffel raus und füllen Kastanien rein. Wir ersetzen die damit. Aber das funktioniert nicht. Dadurch, dass wir den Saumagen dermaßen mager produzieren mit weniger als fünf Prozent Fett. Und dann wird die Kastanien dermaßen trocken. Und dann sitzen sie tatsächlich nach vor dieser Scheibe und müssen schlucken, dass sie die runterbekommen. Und wir machen das mittlerweile so, dass wir die klassische Füllung nehmen mit den Kartoffeln mit drin. Und machen nochmal 20 Prozent Kastanien dazu. Dann wird das Ganze gleich etwas saftiger und ist auch etwas veganischer. Ansonsten hat man ja auch den guten Pfälzer Wein dann zum Runterspülen. Das täglich machen wir alle. Auf jeden Fall gehört ein schöner, ein schöner, kräftiger Wesen. Das ist wunderbar zusammen. Den muss ich mir dann noch aussuchen. Dann kann ich schon noch einen guten Appetit wünschen. Danke.